Johanna Ingelfinger ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Johanna Ingelfinger absolvierte von 2007 bis 2009 ein Schauspieltraining an der Jugendkunstschule Pankow. Nach ihrem Kameradebit 2009 in dem Kinofilm Blisse Straße hat sie in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. So unter anderem in den Serien in aller Freundschaft, Letzte Spur Berlin oder der Tatort Episode Dinge, die noch zu tun sind. Weiter spielte Ingelfinger in Musikvideos und arbeitet als Voice-Over in Dokumentarfilm. Johanna Ingelfinger lebt in Berlin. Filmografie 2009 Blisse Straße 2011 In aller Freundschaft trügerischer Friede 2012 Pasta für zwei 2012 Tatort Dinge, die noch zu tun sind. 2013 Was kostet ein Lied? 2014 Letzte Spur Berlin ausgeträumt 2015 Heiter bis tödlich Morden im Norden Gestrandet 10 Morden im Norden Schüffel Wハper 6